Sat.1 präsentiert Das Fernsehereignis des Jahres In der Hauptrolle Deutschlands beliebtester Schauspieler Was lauft hier schon? Götz George, ein großer Künstler, nimmt eine neue Herausforderung an Ja, natürlich in Sat.1 Eine außergewöhnliche Eigenproduktion mit großen deutschen Stars Gudrun Landgräbe Andrea Sawatzky Martina Gedeck Karl-Michel Vogler Arthur Braus und vielen anderen Eine Gesellschaftssatire Inszeniert von einer der namhaftesten Regisseurinnen Deutschlands Ilse Hofmann So, Achtung! Und bitte! Produziert und geschrieben von Erfolgsautor Karl-Heinz Wilschrei Götz George ist Stefan Stolze in Das Schwein – eine deutsche Karriere Das Schwein ist die Geschichte eines Schweins Eines tief amoralischen Menschen Der, wie manche Leute ohne Augenlicht oder ohne Gehör auf die Welt kommt So ist er ohne jedes moralische Empfinden in der Welt Ich fange an mit einem 15-Jährigen, der schon dort ein Ferkel ist Dann machen wir einen Sprung und sehen Götz George als das groß gewordene Ferkel Also Götz spielt einen Menschen zwischen seinem 30. und seinem 60. Lebensjahr Der in dieser Stadt Berlin seinen Weg skrupellos nach oben macht Erstmal musst du nicht reinhören, du musst dir erstmal die Melodie finden für so eine Figur Die kannst du ja nur nicht böse spielen, sondern die musst du ja eher charmant spielen, nicht? Denn sonst würden ja nicht so viele Leute auf die Bösen reinfahren Wann soll ich anfangen? Naja, am besten gleich Wenn das kein Grund zum Feiern ist Ach, vielleicht eine Kleinigkeit noch Ja Ich möchte ungern, dass Publik wird, dass du mein Vater bist Wir müssen da so ein Ding finden, wo man sagt, das ist eigentlich noch glaubhaft für den Zuschauer Sonst sagt er, ach Kinder, nee, das ist ja eigentlich nur böse Und das muss man immer wieder auffangen, nicht? Mit gewissen Sympathieszenen und dann muss er zuschlagen, nicht? Ich hab dir gesagt, dass dieses Manöver nicht gut gehen kann Komm, red jetzt nicht rum, du musst weg, jetzt ist er dich verhaften Du hast 50 Millionen aus den Banken rausgepresst und jetzt soll ich... Was, 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 was hab ich? Du bist der Geschäftsführer der Spreger und ich, oder du? Du bist der Besitzer! Aber ich bin doch nicht für das kriminelle Gebaren meines Geschäftsführersverantwortlich Er verrät und betrügt Frauen, Freunde, Eltern, Geschäftspartner Jedwen, den er trifft, benutzt er zu seinem Ego-Mann-Vorteil Oh, die anderen Porsche War selber gerade die richtige Farbe? Schon, aber das falsche Geschenk Sie lernen sich so in den 70er Jahren kennen Sie hatte noch nie einen Mann Ist, äh, nicht sehr vorteilhaft, aber sehr reich Und ein gefundenes Fressen für das Schwein Nach zehn Jahren Ehe erkennst du dann, dass das Schwein sie nicht aus Liebe geheiratet hat, sondern wegen ihres Geldes Ich war in dich verliebt Kann man sich das vorstellen? Ich war in sowas wie dich verliebt Du, Damen, hatte ich kein Problem Schon bei unserer Hochzeit habe ich mit deiner besten Freundin Gabi gefickt Ach, bitte grüße ganz herzlich, wenn du wieder mit dir telefonierst, ja? Ich möchte Ihnen gerne Heimlichkeiten sagen Die lassen sich viel pickelnder in Gesellschaft austauschen Ist das wirklich? Ich möchte gerne mit Ihnen schlafen Was halten Sie für eine Heimlichkeit? Er ist furchtbar hinter ihr her Er möchte, er möchte diese Frau besitzen Er möchte die an sich binden Und das gelingt ihm kaum Sie durchschaut eben Sie weiß, wen sie vor sich hat Sie weiß, wie sie mit ihm umgehen kann Mit diesem Mann, der ja auch sehr viel Charme hat Auch wenn er auf der einen Seite des Gruppelos ist Ist ja doch was an ihm dran, ja? Ich bin eigentlich, würde ich mal sagen, kein böser Mensch Aber jeder hat natürlich eine kriminelle Energie in sich Und das ist natürlich auch das Reitvolle, dass man so eine kriminelle Energie halt spielbar macht, sichtbar macht Götz-George Ich habe über gar keine andere Besetzung nachgedacht Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen Er ist einfach der totale Profi Ich meine, ich danke Ihnen allen für Ihr Vertrauen Ich weiß nicht, dem muss man nur in die Augen gucken, dann kann man schon losheulen Gerade so in den tragischen Szenen, da musste man gar nicht mehr spielen Das ist so echt Das ist einfach, das ist ganz toll Götz-George in einer dreiteiligen Sat.1-Produktion Der Aufstieg eines skrupellosen Egoisten Das Schwein, eine deutsche Karriere Man muss eigentlich im Grunde genommen nur böse sein, um es zu was zu bringen Ab 19. März in Sat.1 Ab 19. März in Sat.1 Ab 19. März in Sat.1